Trotz Einhorn komme ich da nicht weiter. Okay, Leute. Äh. Ist klar, was ich da sehe. Logisch. Ich hab's, ich hab's, Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Leute. Hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht für möglich gehalten, dass ich das heute noch tatsächlich hinbekomme. Und das wird... Naja, hat doch gereicht. Beständlicherweise. Jetzt hab ich schon gedacht, ich müsste darüber springen. Huuuuhu. Ups. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was befindet sich dahinten? Oh. Ja. Dankeschön. Ups. Und... ...wieder ein Hebel. Aber diesmal sieht er etwas anders aus. Ne? Jetzt öffnet sich die 3x6. Bitte nicht falsch verstehen. Ich weiß, dass da jetzt garantiert einige zuschauen werden. Und denken, 3x6? Ah, ja. Ne, so ist das nicht gemeint. Ist da genau wie es gemeint ist? Ups. Ups. Okay. Es sieht toll aus, was ich hier gesehen habe. Schön. Wirklich toll, wirklich. Wunderbar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Das kann... Au. Fuck. Lips. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Okay, Leute. Ups. Hä? Warum kon... Ey, nee, oder? Warum konnte ich nur zweimal springen? Warum konnte ich gerade eben nur zweimal springen? Ah, das gibt wieder nichts. Das gibt wieder nichts. Schafft, wer ich schaffe? Hä? Hallo? Was soll denn der jetzt? Das geht... Was... Was... Bitteschön, sollten der Käse... Ich meine, ich sehe es ein, dass ich da... Leben verliere, sobald ich die Dinger berühre. Aber ich sehe es nicht ein, dass ich auf einer normalen Höhe... Ist... Da sterbe. Das kann eigentlich nicht sein. Und das halte ich eigentlich nicht auf sehr ausgeschlossen. Oh, ne. Kommt schon. Ne, Leute. Nicht jetzt. Ähm, vorhin, als ich gesagt habe, die... Dass wir H2 haben, das stimmt gar nicht. Und zwar meine Uhr ist in der... Ist in der letzten Nacht stehen geblieben. Habe ich mir jetzt kurz eine... Weitere Uhr hergestellt. Musst du feststellen, ich habe mich um anderthalb Stunden vertan. Macht aber nichts. Jetzt bitte. Das darf doch nicht wahr sein. Ganz ehrlich. Lips. Dort. So, wo muss ich jetzt lang? Gehen wir da nach rechts. Ah, das war schon mal der richtige Weg. Das ist ja... Mal schön, dass ich gleich mal der richtigen Weg... ...nachgehen kann. Das heißt, nur in Voraussetzung, dass es der richtige Weg wäre. Wo geht's denn jetzt lang? Hä? Bin ich jetzt gelangen? Äh, Leute. Wo bin ich jetzt hingekommen? Wisst ihr das? Wo bin ich jetzt? Ah, da geht's lang. Stimmt. Nö. Bin ich hergekommen. Hm. Da kommt eine Zeitbombe drauf, ja. Das ist klar. Uh, ist die auch nicht runtergekommen? Ne. Stimmt. Okay, die liegt noch drauf. Und wie... Ah, Gott, nein. Das kann gar nicht wahr sein. Das kann nicht stimmen. Nein. Meine Güte, ey. Das stört echt. Wie soll... Wie soll... Wie soll man das denn hinkriegen? Wie soll das, ey? Können wir das mal verraten? Ne, könnt ihr mir nicht. Und ihr seid nicht dabei, wenn ich das spiel. Leute, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's doch gehabt. Himmelarm und Wolkenbruch. Wolkenbruch. Das gibt's doch gar nicht. Na los, ey. Bitte. Please, one time. Make it right one time. Mach es einmal mir recht. Das darf doch nicht wahr sein. Ganz ehrlich. Das gibt's überhaupt nicht. Hopp. Und jetzt geht's da wieder hoch. Hui. Und jetzt hopp, 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 hopp. Ja, Leute. Ich komm weiter. Ich komm weiter. Ich glaube, ich spiele. Schon wieder nicht, will ich. Die nerven. Nein. Oder? Hä? Was? Muss ich jetzt wieder zurück, oder was? Hallo? Muss ich jetzt wieder zurück? Mal da ein paar Schädel zu hauen. Da links? Ne, da geht's abwärts. Da seh ich nix. Ähm. Ah, das ist jetzt noch nämlich. Die Gesichter da an der Wand. So. Kurz mal. Schauen. Ah, da ist eine Verlängerung. Auch interessant. Bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich am anderen Ende. Mhm. Mhm. Äh. Leute. Da hoch muss ich. Da hoch muss ich irgendwie kommen. Das ist ein Seiler, aber ich kann mich ja nicht klettern. Äh. Hallo. 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 Da geht's nicht lang. Ja, da geht's nicht lang. Da geht's nicht lang. Alice. Was sag ich jetzt? Mal im Ernst. Mhm. Jetzt geht's da links. Leute, ihr wisst gar nicht, wie toll das Spiel in den letzten zwei Stunden wurde. Ganz ehrlich. Wie komm ich da rüber? Das gibt's gar nicht. Ernst Leute, das gibt's nicht. Irgendwie muss ich da rüber kommen. Mhm. Äh, das bringt mir auch nichts. Leute. Kann ich da irgendwas aufknallen? Nee, das läuft nichts. Ja, das ist ja nichts. Oh Gott. Wie komm ich weiter? Ich muss weiterkommen. Irgendwie muss ich weiterkommen. Ich muss da rüber. Ich muss da rüber. Äh. Alice. Dankeschön, dass du auch mal auf den Eifer kommst, hochzufliegen. Und ich schaff's natürlich wieder nicht. Wie soll's denn auch anders sein? Applaus bitte, Leute. Jetzt mach schon. Das geht fix. Ja, und das blöde ist, es ist ja nicht nur meine Zeit, die ich hier eigentlich so gut wie möglich verschwinde, sondern es ist ja vor allem eure Zeit. Und die Scheibe geht nicht kaputt. Trotz Einhorn komme ich da nicht weiter. Jetzt warte mal. Komm ich da. Jetzt. Da links. Nee. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Wo bin ich jetzt? Ah, bei der Blü... Ah, ja. Okay, da war ja die Blü... Da war ja die Blübe. Hm. Schönes... Schönes Bild. Och, Leute. Nicht jetzt. Eigentlich rein theoretisch kann ich mir den Part ja zusammenschneiden. Weil, ob ihr wollt, dass ihr acht oder zehn Minuten das gleiche Bild seht, das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Ihr seht, den Ollengard schwitzen. Was das Zeug hält. Jetzt habe ich es mal. Ah, jetzt. Okay, okay, Leute. Ich habe... Ich habe einen Fall. Das muss einfach klappen. Das muss einfach klappen. Das klappt so... Das klappt so nicht. Alice. Alice. Alice, du bist doch so eine schlaue Nudel. Das nächste Mal hältst du einfach deine... Streckst einfach deine Hände aus und dann... Bam! Schaffst du es vielleicht auch mal. Aber diesmal komme ich gleich rüber. So. Jetzt wirst du staunen. Aber wenigstens habe ich jetzt noch geschnackelt, wie es geht. Das ist ja immerhin auch mal was. So. Und rüber. Das Blöde ist, Alice ist schwerer als die Bombe. Deswegen muss man da immer etwas hochspringen. Scherben, Scherben, Scherben. Lauter Köpfe verlieren Scherben. Aufpassen. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Wegen verschluckbaren Kleinigkeiten. Aber wenigstens habe ich es geschafft, Leute. Wenigstens bin ich weitergekommen. Was ist denn das? Keine Ahnung. Oh. Ein unsichtbarer Aufzug, sag ich jetzt mal. Und du? Wie geht es jetzt weiter? Also muss ich da drauf. Ich mag da aber nicht drauf. Ich mag da nicht drauf. Ich mag da nicht drauf. Ah. Jetzt. Genau. Stimmt. Mach fix, Alice. Mach fix, Alice. Mach fix, Alice. Mach fix, Alice. Bitte, 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 bitte. Oh, Mann. Bitte, 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 bitte. Bitte reicht das, bitte reicht das, bitte reicht das, bitte reicht das, bitte reicht das. Oh, Mann. Das ist jetzt auch nicht der Ernst, was ich da sehe, oder? Und speichert nicht mal. Zweiter Punkt wäre jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Würde mir sogar sehr Spaß machen. Bam. Das war ja so klar. Äh. Was war denn das jetzt? Äh. Boah. Ich mag gar nicht dran denken. Bam. Runter. Jetzt seid ihr dran. Jetzt kommt ihr dran. Und... Ui. Bin durch. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Ich bin durchgekommen. I come through the... Thing. Äh. Das war doch schon... Das war doch schon an der Decke. Hätte mir doch eigentlich überhaupt nichts ausmachen dürfen. Aber gut, lassen wir's. So. Boom. Und... Bam. Ich komm mal weiter, Leute. Ich schaff das heute. Oh mein Gott, wenn ich da... Ach du Scheiße, was seh ich da? Jetzt gucken sie schon Scheren dazu. Na das kann ja lustig werden. Das kann richtig lustig werden. Ich freu mich richtig drauf. Oh, Scheiße. Ups. Ups. Da. Wie soll's denn auch anders sein, hä? Geht ja gar nicht anders. So. Und hoch. Mit dir. Alice. Oben dir. See. Das Wunderland zu rennen bedeutet dich selbst zurück. Dankeschön. Das konnte ich mir eigentlich fast schon durch die Dialoge... Äh. Durch die Dialoge mehr denken. Aber danke. Dass du mich nochmal selbst dran eingefasst. Ist ja auch was. Und jetzt wird's richtig lustig. Jetzt... Oh, äh. Alice. Ah. Gott sei Dank. Checkpoint. No. Rüber. Rüber. Hoch. Vor. Äh. Aha. Da sind also auch... Ist klar, Leute. Ist klar, was da... Gerade abgeht. Uh. Ich hab doch tatsächlich... ... da ein paar... ... Köpfe... ... Köpfe... ...ä... ...übersehen. Ja, los. Hopp. Los. Bitte. So, aber diesmal machen wir es gescheitert. So, und... ...komm drüber. Hm, ja, ich nehm dich mal mit. Dreizehne. Free Teeth. Teeth. Oh. Dann geht's weiter. Wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank.